so hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge champions league zu einer weiteren folge fifa 19 karriere natürlich ich bin der fangehmer ich steuere lincoln city und es geht hier im zweiten spiel wie gesagt gegen benfica los im ersten spiel hat man sich ja 2 zu 0 gegen juventus durchsetzen können hier seht ihr die stadt formation keine großen überraschungen ja naja wurscht So, man wird das Match natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen, die Schulter hielt es aus So, jetzt ist einmal ein bisschen Platz So, jetzt ist es 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 ein bisschen Platz So, jetzt machen wir den taktischen Wechsel Oh, das ist ein bisschen Platz Oh, das ist ein bisschen Platz So, jetzt ist es ein bisschen Platz So, jetzt kommt man im Moment gar nicht raus So, jetzt ist es ein bisschen Platz So, jetzt ist es ein bisschen Platz So, jetzt ist es ein bisschen Platz queen Oh, ja, da Der Rossi. Mal in die Pause retten und schauen was noch geht. Eine rote Karte ist natürlich bitter. Da möchte ich mal nicht schauen, dass man jemanden schnellen vorne hat. Ja. Schön gesehen. Wow. 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 Ja, man kommt nicht raus. So, vielleicht jetzt. So, das ist der Reksel. So, das ist der Reksel. Kein schönes Match bis jetzt von Linking City. Vielleicht jetzt. Ausgleich. Schön gemacht. Ja, was geht bei Linking City noch? Noch ein Mann weniger. Ein Punkt, der wäre natürlich jetzt toll. Und der mitgenommen werden würde. Oh. 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 Ich muss zufrieden sein, mehr wird er wahrscheinlich nicht gehen, eher das Gegenteil. Das war's. Man kann durchaus sagen, man hat eine weiße Weste behalten, auch wenn das Match ein bisschen glanzlos war. Wie kam es zustande? 22. Minute, schöner Pass auf Carillo. Dann jetzt zum 1-0 für Lissabon ein. Hier, dreisechste Minute, die rote Karte, er packt nichts mehr, zeitweise. Ferossi klopft einmal leicht an, indem er in die Nähe des Tores schoss. Hier, fünftigste Minute. Schulte. Ja, auch wieder Glück gehabt. Auch geile Chance. Jovic. Ja, Farmen sei Dank konnten sie sich im Spiel halten. Und hier der geniale Streich, der zu einem Punkt führte reichte. Zu mehr war man dann nicht mehr im Stande. Hier noch eine gute Chance der Gegner, die aber vergeben wurde. Ja, alles in allem kann man glücklich sein, dass man hier nur 1 zu 1 gespielt hat und nicht verloren hat. Bis weiter geht's in dem nächsten Match. Ich bin der Fangamer. Macht's alles gut. Bis dann. Ciao. Buh-bye. Buh-bye.